Und es geht weiter mit Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Yay! Okay, ihr solltet mich etwas beruhigen. Ich hab wieder ein bisschen Nahrung sammeln lassen. Jetzt kann ich schon 60 Einheiten bauen. Das werde ich auch dann sofort tun, denn jede Einheit ist gut, um das Ende aller Hoffnung zu besiegen. Hier bin ich. Mein Testlauf ist ja nicht ganz so erfolgreich verlaufen, aber ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Indem ich den Titan noch dazu hole und dann sollten wir eigentlich genug haben, um das Viech fertig zu machen. Damit ich diese Quest auch endlich abschließen kann. Mann, 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 hat die mich lange begleitet. Wie ein roter Faden durchs ganze Let's Play. Ah, dieses Let's Play ist wirklich ganz schön lange. Wenn ich das jetzt mal mit Overlord vergleiche, mein erstes Let's Play. Das ist schon doppelt so lang hier. Und wir sind ja noch nicht mal durch. Aber das hab ich mir selbst aufgehalst. The Witcher wird ja ähnlich lang. Eigentlich noch länger. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Das ist ein Problem bei längeren Let's Plays, die Zuschauer bei der Stange zu halten. Aber hier hat das bis jetzt ganz gut geklappt. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum das nicht in The Witcher auch klappen sollte. Aber ich sag euch schon mal, im Voraus... Zu allem entschlossen los. ...Wirrt nicht so lang. Ich hab's jedenfalls nicht so lang in Erinnerung. Ich glaub, das war halb so lang etwa. Spielzeit 20 Stunden kommt, glaub ich, hin. Das wären dann ungefähr 120 Videos. Das ist eigentlich auch... Das ist lang genug. 20 Stunden. Wenn man mal überlegt, wie viele ich schon hochgeladen hab auf YouTube. Wie viele Stunden an Videomaterial. Das ist... Unglaublich. Schade, dass die Videos immer nur 10 Minuten lang sein können. Beziehungsweise 11. Ich würd gerne so lange Folgen drehen, wie in so einer Standardserie. So 20 Minuten. Dann könnte man auch von einer Serie reden. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ah, da ist er. Der Titan. Das ging ja schnell. Zur Seite. Bereit. Hier haben wir jetzt 47 Einheiten. 48. 49. 50. Ja. Ja, laber nicht so doof. Gleich. Gleich hast du die Gelegenheit, jemanden zu schlagen. Und wir können schon wieder das Einheitlimit hochschrauben. Mann, 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 Mann. 72. Äh, 62. Auf mein Zeichen. Hier. Der Titan wird sich gleich als erstes auf den Typen stürzen und ihn im Nahkampf binden. Für ein paar Sekunden. Ja. Denn länger wird er nicht aushalten. Ich speichere das Ganze jetzt. So. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Weg. rauf, auf den. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Hält der Titan das aus? Holz einfach alles drauf. Es ist scheißegal was. Hauptsache du schießt irgendwas. Ja. Und jetzt kommt er persönlich. Amra. Aber, oho, Amra ist nur auf Stufe 18. Und er ist tot. Amra ist tot. Und damit hätten wir diese Quest beendet. Amra. Amras, Beinplatten, Amras, Brustpanzer. Übrigens doch nicht die stärkste Rüstung im Spiel. Da gibt es noch eine stärkere. Die wir am Ende der Quest Schattenwelt kriegen. Auf mein Kommando. So. Auf mein Befehl, Beinplatz. Als wir das Ende aller Hoffnung getötet haben, hat man richtig gesehen, wie die Erfahrung anstieg. Weil das schon ein Gegner auf Stufe 30 war. Äh, Amras, Brustpanzer und Platten. Kann das irgendeiner benutzen? Nein. Na toll. Ah. Ah. Das ist schon richtig gut. Dann will ich jetzt hier noch eben die Schatten besiegen. Immerhin Stufe 20. Gott, es ruckelt. Warum? Normal müsste der PC damit locker fertig werden. Ah. Logik war noch nie die Stärke von Computern. So, Schatten. Zieh dich warm an. Oh nein. Oh, die hauen aber ganz schön rein. Auf den Werft. Los, na los, na los. Oh nein. Ich glaube, die saugen sich das Leben ab. Nach vorne, ihr Zwergen. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. Für alle hier nach. Kämpft, Männer. Wer ruft nicht? Wieso mache ich eigentlich keine Feuerwelle? Feuerwelle. 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 Nein, das reicht, was wir hier haben. Gut. Würdet ihr mich bitte durchlassen? Mein Gott. Ihr seid so klein und trotzdem verbraucht ihr so viel Platz. Gut, damit hätten wir die Schatten hier erledigt. Das macht aber für die Quests Schattenwelt überhaupt nichts. Wir müssen nämlich eine bestimmte Schattentruppe besiegen. Wo war die noch gleich? Lasst mich kurz überlegen. Ähm. In den südlichen Windwallbergen? Kann er das angehen? Ich bin überfragt. Ich bin so überfragt. Ich werde da jetzt einfach mal hingehen. Wir haben nämlich... Ja, guckt mal. Wir haben so gut wie alle Nebenquests erledigt. Blut noch und Schattenwelt und dann... Dann bin ich glücklich. Ich muss auch nicht mal viele Stufen aufsteigen. Dann habe ich 30 geschafft. Was wollt ihr? Ich werde auf jeden Fall, es ist egal was kommt, ich werde Stufe 30 erreichen. Das habe ich mir vorgenommen. Das habe ich mir vorgenommen und das... ...werde ich dann auch machen. So, du bist da. Wie wäre es mit den südlichen Windwallbergen? Ähm. Das Nordportal. Da werden wir dann auch gleich Helden rufen. Die brauchen wir nämlich, um die Schatten zu besiegen. Sonst wird das Ganze ziemlich kompliziert. Hier ist irgendwas. Ach, ein dummes Haus. Ich hoffe, jetzt sind hier auch die Schatten. Ich hoffe, das war die richtige Karte. Sonst verschwende ich ja nur unnötig Zeit. Wie lange soll dieses LP denn noch werden? Ach, die letzte Karte wird sowieso lang. Shiro. Eine unglaublich lange Karte. Auf dieser Karte kann man übrigens alle 6 Rassen nochmal spielen, wenn man will. Man hat die Wahl. Die freie Wahl. Ist Bambi hier? In den Frostmarschen habe ich es nicht gefunden. Warum sollte es auch in den Frostmarschen sein? Warum sollte ein Reh in den Frostmarschen sein? Was labere ich denn überhaupt? Ach. Wieso sollte ein Reh überhaupt in diesem Spiel sein? Ein Reh, das Bambi heißt. Es ist von Disney. Zu euren Diensten. Gott, was war das? Verstanden. Wieso sind die 10 Minuten schon wieder voll? Ach. Die Zeit vergeht immer so schnell. Zu euren Diensten. Verstanden. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Ach. Wir machen im nächsten Video weiter. Bis dann. Ich muss hier nach 20 Minuten. Befehl. Das ist FSs. Waren Diensten. Johann Diensten. Na ja. so하고.